Auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig! Wir suchen nämlich für dich. Patrick Wehmer, klassisch, wie es in solchen Fällen ist, in allerletzter Sekunde den Ausgleich geschossen, da freut man sich ganz besonders, oder? Ja, definitiv. Es war ein schwieriges Spiel von Anfang an. Wir haben probiert spielerisch zu lösen, hat irgendwie nicht ganz so funktioniert. Dass es jetzt am Ende mit einem Punkt gelangt hat, sind wir glaube ich alle zufrieden, weil Kirchfeld, kennt man aus der Vergangenheit, liegt uns nicht so. Mit einem Punkt können wir leben, das war das Ziel von Anfang an. Wie hast du das so geschossen oder wie ist euch das gelungen? Durch die letzte Aktion eigentlich im Spiel, durch eine Flanke und dann irgendwie, ich habe eigentlich ins Flutlicht geguckt, einfach hochgestiegen und mit dem Kopf versucht, den Ball irgendwie zu treffen und dass er dann reingeht. Ja, ein bisschen Glück war auch dabei, aber gehört dazu. Ja, wie zufrieden könnt ihr mit dem Spielverlauf sein? Euer Trainer war nicht so ganz begeistert, wie siehst du es? Ja, eigentlich auch zu Recht, weil wir wollten es eigentlich spielerisch lösen, aber es hat nicht so geklappt. Uns ist nicht viel eingefallen und wir sind auch irgendwie nicht in die Zweikämpfe reingekommen in der ersten Halbzeit. Wir haben dann in der Halbzeit umgestellt auf ein anderes System und es hat uns mehr gelegen. Also es hat dann besser geklappt, wir sind besser in die Zweikämpfe reingekommen. Ja, die zweite Halbzeit war besser als die erste, aber können wir auf jeden Fall noch aufbauen. Ja, wie siehst du die Situation momentan? Ein bisschen schwierig vom Personal her. Viele Abgänge, viele Verletzte. Ja, und Urlauber noch dazu, das kommt noch dazu. Ja, also wir haben aktuell einen Kader von 14 Mann heute gehabt, also das ist nicht viel. Jetzt kommen einige Urlauber wieder zurück und ich hoffe, die Verletzten auch bald wieder und dann sieht es heute wieder besser aus. Man sagt, das zweite Jahr ist das schwierigste. Jetzt das zweite Jahr für euch in der Landesliga Mittelbaden. Wie siehst du die Chancen oder die Aussichten? Also ganz klar Ziel ist Klassenerhalt. Es war vor der Runde klar, dass es eine schwierige Saison wird, weil wir auch jetzt viele junge, neue Leute haben. Die müssen sich erstmal an das Tempo in der Landesliga gewöhnen und dann werden wir einfach mal schauen. Also Klassenerhalt sollte drin sein. Patrick, danke vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Gleichfalls. Bis dann. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen. Auf seleb-gmbh.de.